Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Kleine freie Nacht. Ich wollte schon sagen, treffe ich jetzt die Katze. Egal, gehen wir zurück zum Schloss Hogwarts, um die Geschichte fortzusetzen. Ein Wasserhahn und dreh dich nicht um, Hermine, dreh dich nicht um. Hermine ist versteinert. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung, sind wir die Schlaure von uns? Wir müssen da irgendjemandem Bescheid sagen. Ist das jetzt schon ein Level? Oder ist das noch das... Ich hab vergessen, meine Sturz anzumachen. Upsi. Upsi. Kann ja passieren, ne? Also theoretisch könnten wir jetzt weitermachen, aber andererseits wiederum... ...weil wir Mine wieder haben. Ich wollte doch nur noch... Ach, Ravenclaw. Darf ich überhaupt hier raus? Darf ich? Ja, Chicken. Hättest erst mal eine letzten Aufnahme-Session gemacht. Nochmal ins Ravenclaw-Haus zu... Was heißt nochmal? Vorher waren wir in Hufflepuff. Aber da wir jetzt einen Ravenclaw-Charakter haben, können wir ins... ...Ravenclaw-Gemeinschaftsraum gehen. Hör auf den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum gehen. Weils im Klaw-Gemeinschaftsraum. Wir werfen euch alles. Du... Wieso? Wirst du Nerven? Wieso? 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 grad sagen, das Griften-Dot-Trio hat sich jetzt aufgelöst. Die haben Streit. Seien wir mal so. Selbst wenn ich Chemine brauche in Ravenclaw-Gemeinschaftsraum, kann ich einfach einen fieser Trang saufen. Kann ich überhaupt rein? Ist die Sache? Ist die nicht wirklich offen. Kann ich das irgendwie anderweitig öffnen? Ich wollte gerne in den Ravenclaw rein. Ravenclaw! Oder geht das erst in einem späteren Jahr? Das ist ja jetzt offen, aber wir haben niemanden für Slitheren. Da im freien Spiel rein zu können. Wir können hier auf jeden Fall was mit Hagrid machen. Hagrid, Hagrid, Hagrid. Haben wir Hagrid überhaupt schon? Nö, dann gehen wir einfach ins Wartezimmer ins Klo, wo die maulenden Mörte wir diese gesehen haben. Die eigentlich schon hätte viel früher auftauchen sollen. Aber hey, hatte halt Verspätung, ne? Werde ich eigentlich automatisch zurückverwandelt? Oder muss ich jetzt mit Padma hier das Level machen? Ja, Ron hat eine neue Freundin. Uh. Hab ich schon gemacht. Hab ich dich auch schon zerprügelt? Keine Ahnung. Haben wir jetzt auf jeden Fall gemacht. Hm. Maulende Mörte. Kannst du uns erzählen, was los ist? Au. Voll ins Gesicht. Na, ich glaube, die ist ein bisschen angepisst. Ein bisschen. Das, äh, das, äh, ist immer voll untertrieben, Chicken. ist mehr als nur ein bisschen sauer. Kannst du vielleicht auf Frauen Dinge werfen und nicht auf mich? Please? Ich mach' ja nur. So ein bisschen Gleichberechtigung für alle. Kein eins von so und so. Oh, wie schade. Das sind nur Schuhe, da kann ich mich kaputt machen, aber ich kann den Gardium Liviose. Herz brauche ich nicht. Was ist, wenn ich jetzt einfach wieder gehe? Das wäre zu einfach. Hab' ich auch schon gemerkt. Danke der Nachfrage. Und steht da auch rum, wie bestellt und ich hab' ihr holt. Hier silbernes Zeug zum Zerstören. Wo ist die Krankenschwester hin? Wenn man sich mal braucht. Ich hab' den Namen wieder vergessen. Kann ja mal passieren, ne? Hauptsache, ich kann mir den Namen von Ron merken. Und Harry. Und Termine. Und die Maulmürte. Und Dumbledore. Und Fox. Und Draco. Und Level. Und Luna. Luna kommt in dem Film gar nicht vor. Luna kommt in dem Spiel gar nicht vor. Ah, Luna. Ah, Luna. Oh, tick'n traurig. Oh, ich hab' schon geschossen. Oh, ich kann sogar ganz kaputt machen, das Verschrecken. Ah, dies triffst du mich nicht mehr, kleine Maulmürte, hä? Kann ich mit den Toiletten eigentlich was machen? Nö. Komm' da nicht dran. Das Wasser ist zu stark! Dort stand ich nicht, ne? Hallo? Hallo? Ich kann nicht mal zielen, wohin die fliegen. Awww. Wie seht ihr doch an, Harry? Bräuchte ein Herz. Hörte, gib mir dein Herz. Sie hat kein Herz, sie ist ein Geist. Sorry. Ja, hasse Buch! Ah. Das ist dasselbe Zeichen, was wir auf der Bank gesehen haben. Oh, wir sind in der Vergangenheit. Tumbledore. Eine tote Schülerin. Also, ich hab' nichts damit zu tun. Eine Spinne. Hab' ich jetzt wirklich, Tom? Hey! Oh, du kannst silbende Sachen zerstören. Okay. Tom, Tom, Tom. Dann spielen wir mal ein bisschen als Dom herum. Sorry, Harry, aber... Ne? Ein Aram? Stärke-Trank? Vieh-Soft-Trank? Irgendwas von beiden? Wow, er hätte wieder auf den Ersten springen müssen. Harry! Och, Harry bist so inkompetent. Ich war' ich halt alleine! Brauch' dich nicht! Speedrun-Modus! Ich erinnere ihn auch noch zu stören. Wo soll ich das eigentlich hinbringen? Oh, er brauche ich auch eine Alraune. Ach, Stärke-Trank. Okay. Und eine Alraune ist da vorne. Also, die möchte ich schon haben. Ich weiß, wie das... Das ist jetzt irgendwie ein bisschen... ...viel verlangt, aber... Ne? Ich brauche auch noch. Zack. Och! Und da hätte ich Hermine gebraucht! Hermine! Wieso bist du versteinert? Schämst du dich nicht? Also, brave Schüler machen sowas nicht. Ja, nix klar. Der Stein ist irgendwie ein bisschen in mir drin. Hilfe! Ich bin fusioniert! Ich möchte keine Fusion mit einem Legostein machen. Ah, obwohl... Ich muss das wahrscheinlich da ja hin tun. Vielleicht das rüber oder... ...schon vergackt. Warum hängt da ein Schwein? Es sitzt Chicken. Du hast kein Buch, oder? Ne. Tom ist nicht schlau. Das andere? Kriege ich nicht mehr zurück. Da muss ich wahrscheinlich zwei weitere finden. Vielleicht gibt mir die Pflanze ja was. Weil ich sie ja so lieb. Auch wenn den Snackpars, die Pflanzen... Bäume... ... eher nicht so wirklich lieb zu mir sind. Die halten mich zum Lachen! Die verarschen mich alle! Und versperren mir die Sicht! Und dann habe ich noch einen Troll als Kameramann. Äh, Lumos! Komm mal her, du kleines Ding! Und dafür brauche ich auch den Stärketank. Alles klar! Aber das ist offensichtlich der Weiterweg. Braucht dich jetzt einfach mal... Jetzt brauchst du da auch immer raufgehen, Harry! Ich kann das auch ohne dich. Aber dass die Blumen mir nicht eins von so und so viel geben... Hm. Wieso schiebst du das Ball vor dir hin? Er möchte es mitnehmen! Jetzt auf einmal nicht mehr, Harry. Ist klar. Naja, sonst kriegen wir doch aus ein paar Sturz. Zwar nichts für den Hauswappen. Da magst du auch noch einen blauen? Okay. Habe ich die Bank eigentlich schon geschmettert? Rein mit dir, du kleiner Schreihals! Schreihals! Habe ich dich auch schon? Habe ich den schon? Nein! Habe ich wirklich noch nicht. Ich will das Schwein. Aber es wird wahrscheinlich noch weggehen. Ich stutzgegen gerade auch alle weg. Och, Leute. Das sieht nicht hoch genug aus, wenn das nebeneinander nur steht. Das muss, glaube ich, übereinander. Tschüss, Harry. Was schön mit dir. Nicht. Was ist das jetzt, was ich im letzten Abschnitt gebraucht habe. Oder wenn ich da unten dran ziehe, bekomme ich für hier was zum Rüberspringen. Das kann natürlich auch sein. Na, ist zu weit weg. Flatsch. Tom, stark! Dann zieh mal dran! Wofür soll ich die benutzen? informierst du vor, dieérience aufgere ree quediert. Marium. Um, mal zum nächsten Mal. Guste das jetzt. NA